Ich weiß, dass man sich die letzte Zeit, die man hat, noch so angenehm wie möglich macht. Und man sieht die Welt mit anderen Augen als vorher. Ich bin der Stefan und wir wollten uns nochmal Ideenversprechen geben, weil ich eben so unheimlich krank bin mit dem Krebslein. Das ist nochmal mein Wunsch. Wir haben viele Urlaube an der Ostsee verbracht. Das Meer ist irgendwo, ja, Freiheit. Das erinnert so viel an Muschelsammeln und einfach nur in Sand sitzen und aufs Wasser gucken. Wir heirateten haben wir vor 19 Jahren und wir haben heute unser Eheversprechen nochmal aufgefrischt. Gänsehaut pur, ein sehr glücklicher Tag. Das ist nochmal so ein unvergesslicher Tag. Das ist einfach nur traumhaft schön. Gänsehaut pur, ein sehr glücklicher Tag. Bis zum nächsten Mal. Gänsehaut pur, ein sehr glücklicher Tag. Geh, die Menschen aufgefrischt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020